Herzlich Willkommen im MBT-Studium. Unser heutiges Thema ist Responsibility Management im Anlagenbau. Wir haben dieses Thema für Sie aufbereitet in sechs verschiedenen Sequenzen. Am Anfang möchte ich eine kleine Geschichte erzählen zum Anlagenbau, wie er heute auch in der Vergangenheit häufig stattfindet. Danach müssen wir miteinander reden über die Verantwortung im Anlagenbau. Als drittes Thema, was kostet es eigentlich, wenn wir im Anlagenbau die üblichen Fehler machen? Und dann möchte ich mit Ihnen darüber reden, wie man Unternehmensabläufe besser organisieren kann, und zwar auf der Herstellerseite wie auch auf der Käuferseite. Und ganz zum Schluss sehen wir uns mal vertragliche Vereinbarungen an. Vertragliche Vereinbarungen von mir als Nicht-Juristen, natürlich nicht ausformuliert, sondern nur als Marktposten. Woran sollte man dann denken, wenn man mit seinem Kunden, mit seinem Zulieferer Verträge abschließt in dem Bereich? Also, Anlagenbau heute. Und hierzu möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Ein Anlagenbau, wie er vor vielen Jahren stattgefunden hat, das ich mir als Beispiel genommen habe für diesen Vortrag. Ich habe dieses Beispiel natürlich so weit verfälscht, dass Sie nicht erkennen werden, welche Firmen hier beteiligt werden. Aber ich denke mal, es ist eine schöne Geschichte, um zu erkennen, was im Anlagenbau häufig falsch gemacht wird und welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Sie stellen sich einmal vor, Sie haben eine Firma CE-Komplett. CE-Komplett ist ein Hersteller von Produkten und er hat auf seinem Gelände eine große leere Halle. Diese große leere Halle kostet nur Geld, sie muss im Winter geheizt werden, es muss gewartet werden. Und CE-Komplett sagt, die Auftragslage ist eigentlich gut, wir brauchen noch eine neue Maschinenanlage. So weit, so gut. CE-Komplett hat vom Herstellen von Anlagen nicht so ganz viel Ahnung. Also holen Sie sich die Firma Ingenieurbüro CE-Fix und CE-Fix kriegt den Planungsauftrag für die Anlagen. CE-Fix sagt, so wie die Situation sich darstellt, benötigen wir eine Anlage CE1, eine Anlage CE2 und dann benötigen wir auch noch eine Steuerung. Die modulweise Aufteilung dieser Ausschreibung macht es eventuell einfacher, auch die verschiedenen Hersteller dafür zu bekommen. Und das dürfte eventuell auch preislich interessant sein. Als allererstes bekommt die Firma KurzHKG freihändig vergeben den Teil Steuerung. Weil die Firma KurzHKG ist ohnehin auf dem Gelände als Trappelshooter, Verwartung, Instandsetzung, ansässig, hat ein eigenes Büro da und wartet auch die anderen Anlagen hinsichtlich der Steuerung der Firma CE-Komplett. Preise werden festgelegt und die Firma KurzHKG bekommt von CE komplett den Auftrag. Als nächstes bekommt die Firma NotC GmbH den Auftrag für die Anlage CE1. Allerdings mit der Verpflichtung, den Steuerungsauftrag der KurzHKG mit zu übernehmen. Und zwar für die bereits festgelegten Preise. Und da der Auftrag lukrativ ist, sagt die Firma NotC GmbH, okay, das mache ich gerne mit. Bleibt noch der Auftrag CE2 und diesen Auftrag übernimmt die Firma Thalma AG. Damit sind alle drei Auftragnehmer festgelegt. Die NotC GmbH hat den Auftrag CE1, hat den Auftrag der KurzHKG die Steuerung mit übernommen in ihrem Portfolio. Und dazu kommt die Firma Thalma AG, die den Auftrag CE2 hat. Nur, wo niemand daran gedacht hat, was ist eigentlich mit dem CE-Zeichen? CE-Zeichen ist Wolkenkuckucksheim. Nirgendswo ist so richtig geregelt, was ist CE? Wie kommt es dazu? Sehen wir uns einmal die Organisation an, der Firma CE Komplett. Sie ist klassisch organisiert. Sie hat eine Geschäftsführung, Personalabteilung, Einkauf, Planung, Produktion, Instandhaltung und auch den Arbeitsschutz. Die Anlagenbeschaffung findet statt im Bereich Einkauf und Planung. Der Rest des Unternehmens ist nicht beteiligt. Wo sitzt eigentlich derjenige in einem Unternehmen, der eventuell etwas Ahnung hat von CE? Das ist ganz häufig jemand im Bereich Arbeitsschutz. Ich habe ihn hier immer genannt, Engineer Störnig. Störnig aus dem Grunde, von vielen Unternehmen bekommt Störnig den Auftrag, kümmere dich bitte um CE. Seht zu, dass das alles läuft. Aber störe uns bitte nicht mehr damit. Es muss einfach nur laufen. Dazu kommt, man hat auch gar kein Interesse von den anderen Abteilungen, Störnig mit einzubeziehen. Und meint auch aus gutem Grunde, wenn man sagt, die Verträge selber, die sind ja alle standardisiert bei uns. Wir haben das Thema CE ja bereits erledigt in unserem Vertrieben. So steht hier drin, die Firma, und da ist dann ein Blink, hier Notziegemba eingeblendet, ist verpflichtet, alle einzelnen gesetzlichen Vorgaben, wie zum Beispiel Maschinenreiche einzuhalten. Damit denkt man, das ist doch alles erledigt. Damit haben wir auch das CE-Zeichen geregelt. Ist das so? Wenn man sich den Anforderungsbereich der Maschinenreiche ansieht, stellt man fest, naja, das kann sich durchaus um eine Anlage handeln, die wir gerade bestellt haben, die wir beauftragen. Die müsste dann auch ein CE haben, wenn sie eine Gesamtheit von Maschinen ist. Aber das könnte ja auch sein, dass es sich um eine unverständliche Maschine handelt. Und dann bekomme ich kein CE, zumindest nicht nach der Maschinenreiche. Mit dieser Formulierung ist das nicht geklärt. Und in vielen Fällen, so wie auch hier, ist der Name der Firma Programm. Notziegemba heißt, ja, wir machen alles, aber wir machen kein CE-Zeichen. Notziegemba, wenn Sie den Vertrag unterschreiben, geht davon aus, dass Sie am Ende eine Einbauaufklärung liefern und eine Montageanleitung. Mit CE hat Notziegemba eigentlich nichts zu tun. Der nächste Punkt, alle relevanten nationalen und europäischen Normen einzuhalten. Das ist teilweise vielleicht gar nicht möglich, aber teilweise auch richtig schwierig. Wenn ich hier den Steuersbau hineinsehe, 13849, 62061, diese parallel anzuwenden, dürfte sehr schwierig sein. Also bietet es jetzt ganz an, hier ganz konkret die Normen einzufordern, die der Hersteller einhalten soll. Das Wörtchen alle wird hier nicht richtig greifen. Und was ich immer wieder auch nochmal finde, sind alle Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten. Nur Unfallverhütungsvorschriften in dem Bereich, ja, das gab es früher mal. Wo bin ich eigentlich? Es gibt gar keine Unfallverhütungsvorschriften mehr, die ich hier an dieser Stelle einhalten könnte. Also insofern ist das auch eine Forderung, die man tunlichst weglassen sollte. Was mir wichtig ist an dieser Formulierung ist, das CE-Zeichen ist mit dieser Vertragsformulierung überhaupt nicht geklärt. Ich weiß nicht, ob ich dann, wenn ich so bestelle, vom Zulieferer, vom Anlagenhersteller ein CE-Zeichen bekomme. Insofern sollten Sie das anders formulieren. Diese Formulierung sollten Sie aus Ihren Standardverträgen herausnehmen. Gucken wir es einmal an, auf der anderen Seite, wie ist denn die Firma NoCGMR organisiert. Es sieht ähnlich aus. Wir haben hier die Geschäftsführung, Personal, Vertrieb, Planung, Konstruktion, Qualitätssicherung, Fertigung, Montage und auch den Arbeitsschutz. Die Auftragsbeschaffung wird vom Anlagenhersteller erledigt in den Abteilungen Vertrieb und Planung und Konstruktion. Die Auftragsabwicklung geht vom Vertrieb über die Planung, Qualitätssicherung, Fertigung bis zur Montage. Wo sitzt häufig auch beim Hersteller derjenige, der sich mit dem CE-Zeichen beschäftigt, beschäftigen soll? Der sitzt im Arbeitsschutz. Auch da gibt es meinen Elinor Stirn nicht. Nur was hat der Arbeitsschutz mit den Produkten zu tun, die wir herstellen? Gar nichts. Der Arbeitsschutz eines Unternehmens, eines Herstellers ist nicht verantwortlich für das Produkt, was der Hersteller herstellt, sondern nur verantwortlich für den Arbeitsschutz innerhalb des Unternehmens. Also dass den Arbeitnehmern nichts passiert, wenn sie das Produkt herstellen. Für das Produkt selber gar nicht. Insofern hat er gar keine Durchgussmöglichkeiten auf die Auftragsabwicklung. Damit ist meine kleine Geschichte Anlagenbau heute abgeschlossen. Das nächste Thema wäre Verantwortung im Anlagenbau. Die Vortragsreihe Responsibility Management im Anlagenbau ist entstanden als Teil der Ausbildung zum CE-Koordinator. Die Referenten der MBT unterstützen mit ihren Vorträgen die CE-Ko-Ausbildung der CE-Expert.